Herzlich willkommen auf meinem Kanal Depot und Marktlage. Langfristig erfolgreich durch Investitionen und Qualität. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute schauen wir uns mal Synopsys und Cadence Design Systems im Aktien-Duell an. Ich stelle die Firmen kurz vor, dann zeige ich, welche Tools ich benutze, dann folgen Synopsys und Cadence im Screener-Check und dann gibt es noch ein Fazit mit Sieger-Ehrung. Solche Aktien-Screener liefern einen wertvollen Beitrag zu einer Aktienanalyse. Die Aktien-Screener unterscheiden sich im Umfang der Kriterien, aber auch was die Aktualität der Daten angeht. Und auch die Bewertung variiert eben von Screener zu Screener, weil die Daten unterschiedlich gewichtet werden. Und ja, deswegen verwende ich auch ganz gerne mehrere Screener und es ist auch ganz wichtig, sich zum Schluss seine eigene Meinung zu bilden. Aber es ist auf jeden Fall so, dass so eine Bewertung, die dann immer recht anschaulich ausgegeben wird in Form von Punkten oder Schulnoten oder Prozenten oder Sternchen, dass die doch recht hilfreich ist, um sich einen ersten Eindruck von einer Aktie zu verschaffen. Hier angegeben ist eine Suchmaske des Aktien-Screeners TraderFox und hier gibt man einfach seine Aktie ein, die man untersuchen lassen möchte und erhält dann die entsprechende Bewertung. Ja und wie immer bei jedem Aktien-Duell schauen wir uns auch heute zwei Firmen aus dem selben Sektor an. Heute treten im Aktien-Duell Synopsys und Cadence Design Systems gegeneinander an. Ja, sie sind beide in der Neste gelistet und hier speziell im Sektor Informationstechnologie tätig. Man könnte sie am ehesten der Branche Software zuordnen und hier dem Halbleiterbereich, denn sie sind im Halbleiter-Design tätig. Ja, man spricht hier auch von Electronic Design Automation oder kurz EDA. Ja, Mitarbeiter hat Synopsys ein paar mehr als Cadence. Bei der Marktkapitalisierung sind Synopsys und Cadence etwa gleich groß. Für den nachfolgenden Vergleich benutze ich die für diesen Zweck kostenlosen Tools TraderFox, Marketscreener, Börse.de und Google Focus. Die Firma Synopsys ist eine wahre Wachstumsrakete. Sie erreicht im TraderFox Qualitätscheck 15 von 15 Punkte. Ja, schaut man sich die einzelnen Rubriken an, Wachstum, Profitabilität, Kursentwicklung. Ja, das ist alles sehr vorbildlich und insbesondere im Vergleich zum Markt ist man hier durchwächst grün. Das heißt, man schneidet besser ab als die entsprechenden Teilnehmer im Markt. Ja, einzig und allein die Bewertung. Kursumsatzverhältnis und KGV sind, wie auch schon historisch betrachtet, sehr hoch. Aber auch hier gilt wahrscheinlich, Qualität hat ihren Preis. In Sachen Kursrakete kann Cadence Design Systems auf jeden Fall mithalten. Überhaupt sind die Charts und die Umsatzentwicklung und auch alle anderen Kennzahlen sehr ähnlich. Sehr ähnlich ist allerdings auch das sehr hohe Bewertungsniveau, also Kursumsatzverhältnis und KGV. Aber genauso wie bei Synopsys war das in der Vergangenheit auch nicht anders. Wenn man jetzt die Scores miteinander direkt vergleicht, ergibt sich ein leichter Vorteil für Synopsys und das bedeutet 1 zu 0. Beim Screener Guru Focus erhalten beide 92%. Natürlich ist auch Guru Focus nicht entgangen, dass die Bewertung recht hoch ist. Also wirklich günstig sind die beiden Firmen auf keinen Fall. Und deswegen ist auch dieser GF Value Rank, also dieser Guru Focus Value Rank, relativ niedrig. Aber trotzdem, insgesamt sind die anderen Bewertungskennzahlen absolut vorbildlich. Und das bedeutet für beide einen Punkt. Dass die Finanzverschuldung bei beiden Firmen extrem niedrig ist, ist auch dem Market Screener nicht entgangen. Und er vergibt eine sehr hohe Wertung von 96% für Synopsys und 95% für Cadence. Im Rahmen der Toleranzen ergibt das für beide einen Punkt. Zum Schluss vergibt noch der Screener Börse.de an Synopsys die Auszeichnung Champion. Auch wenn Synopsys dieses Aktienduell gewinnt, so erreichen auch beide Firmen die Durchschnittsnote sehr gut. Und ich denke, dass beide gut geeignet sind als Depotbeimischung. Vor dem Kauf sollte man natürlich nochmal schauen, wie steht es um die Prognosen und die Marktlage. Und man kann natürlich auch eine technische Analyse heranziehen, um einen geeigneten Einstieg oder Nachkaufzeitpunkt zu ermitteln. Ich denke, dass beide für ein Basis-Depot gut geeignet sind, aufgrund des großen Burggrabens und der hohen inneren Diversifikation. Ja, in Synopsys bin ich schon selbst investiert. Ich habe ja auch schon eine Aktienanalyse gemacht. Und ja, ich würde weiterhin stufenweise nachkaufen, um letztendlich vom Durchschnittskosteneffekt zu profitieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und abonniere meinen Kanal, um kein weiteres spannendes Aktien-Screener-Duell zu verpassen. Natürlich freue ich mich auch sehr. Auf Wünsche, Kommentare und Anregungen. Habt noch einen schönen Tag.